so neue map neues glück welche map wurdest du eigentlich? white house max weiß nichts einfach cool yeah white house ah das ist diese map oh die ist auch cool oh 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 was? ich dachte äh das wird dieser eine map gewesen aus der letzten oh das ist schon ewiger mit der aufnahme wo auf einmal dann alle weg waren ah ja ich weiß welche wo ich einen mit dem pc erschlagen habe ja voll schlapp gedacht hey Marcel was seid ihr? ich kann hier schau Marcel lass uns ein bisschen quatschen lass dich hin ja ich brauch jetzt ne Waffe ja ne komm ich bin innocent ganz sicher ok komm komm wir können ein bisschen quatschen 100% ja wie geht's dir so? ja ganz gut dir ja perfekt mal ich will mich an meinen Stuhl setzen nicht dein Stuhl ist nicht dein Stuhl schau jetzt hast du ihn sogar umgeworfen lol die Lupe funktioniert tatsächlich echt jetzt? lol was seid ihr denn? das ist einfach das ist die das ist da wo? ich bin Eno auch auch ich bin auch Eno ich auch weil ich keinen Schrott finde kommt es sein dass sie nur Schrott finden liegen? ja also jungs Marcel komm mal her ein Plädoyant ja ja also wir haben hier was ist das? geschaffe die Difter noch die Difter noch geschaffe ist das ging an was alles hallo Marcel fuck du bist ich bin bei Marcel ey oh wechselt ich halte ich halte unser Führer unser Führer ich will nicht Yulis im Rücken haben Geh weg Yulis Boah tafft wieder voll ab ey jetzt habe ich glaube ich nen Fehler gemacht ah ich habe'n Fehler gemacht scheiße ok Marcel lol ja nice ok Jungs es leben noch zwei Innosenten zwei Trailer Bist du Trailer? Geht's wieder? Ja. Wie ist hin mit Spaß zu tun? Ich lebe noch zwei Innozenten und zwei Traitors. Warum schießt du mich ab? Ja weil ich dachte du bist Trailer. Ja ich sag's euch, Thomas. Wer ist mein Dutch? Geh weg, geh weg. Ja Marcel und Julius sind schon tot, beide Innozenten. Was? Du hast dich jetzt nicht gespürt. Ja ich bin sicher für euch. Max, bist du Innozenten? Ja, es leben noch zwei Innozenten und zwei Trailer. Wir sind vier Leute, zwei Trailer gibt's. Max, wo bist du? Ja. Ja, versteck mich. Ja ich auch. Ich bin fast sicher, dass Max ein Traitor ist. Nein bin ich nicht. Ja ich glaube Niki ist es. Ja als Traitor verstecke ich mich auch immer. Ich glaube Niki ist es, der ist voll am Piefen. Ja. Ja. Ja voll. Ja, du kommst von hinten. Ja, du kommst von hinten. Ich finde ihn da immer. Ach so ähnlich. Aber nicht dann bei deinen, oder? No. Irgendein paar Tschüssgott. Oh my god. Oh my gosh. Du da Jakob. Du da Jakob. Du da Jakob. Du da Jakob. Ich hab' den Punkt. Ja du bist hier. 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 Nein, ich glaube nicht. Aber ich bin schon ganz dumm, gell? Nein, Jakob. Bass. Alter wieso lag TS denn jetzt so? Warum? Lass denn der Team sich selber abkacken. Bax? Ja? Warum hast du mich eigentlich getötet? Weil ich dachte du hast, du, du küsst halt Marcel. Was du doch getan hast. Lecker Wind. Ich krieg's dich gerade richtig abkacken. Ja ich merk's schon. Ich hab Marcel bloß getötet, weil er auf mich geschossen hat. Na eben, ich hab halt nicht, das hab ich nicht mitbekommen. Ratatata. Ratatatata. Ratatatata. Sorry. Was sein? Ja. Willst du dich nicht bewegen und ne Wachversuchung? Ey, Diskubilator. Ey, was soll das, was soll das? Wir sind chillen, alles ist cool. Alles ist cool. Ach, ach, ach. Also, okay, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich bin eh noch. Ah, da ist, da. Ey, will ich schleißen? Ja, ich gern schleißen. Wer war denn jetzt eigentlich Traitor gerade eben? Äh, Niki und Thomas. Ja. Ich hab sie gemurderized. Ja, Thomas ist einfach das Tier. Äh, Jakob das Tier. Geht einfach hin und killt beide. Fisch. Wer ist jetzt Traitor? Wow, jetzt, komm mal ganz runter. Nur weil ich euch vorhin umgebracht hab, wüsste mich jetzt nicht umbauen. Ich glaub Jakob und Marcel. Renn! Renn Jakob, renn! Warum? Hilf mir! Sie sind Traitors, ich sag's euch. Ich geh einfach grad ins System nach. Warum schießt jeder? Nichts Spaß machen. Love and let love. Peace for the world. Ja, hey, hier ist jemand tot. Lol, wer? Aua! Ernsthaft, ich glaub schon, dass du's bist, Thomas. Ich glaub, es ist Julius. Nein, ich bin grad hier erst hergekommen. Ach ja. Er wurde doch getötet. Wie kann man Bodies checken? Mit E. Er wurde doch nicht rotfinde getötet. Das heißt, es kann nur Julius oder Niki sein. Nein. Er wurde doch nicht rotfinde getötet. Lol. Er warf mich aus. Woah, 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 woah. Woah, 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 woah. Max war getan das scheiß Pflanze, glaub ich, oder so. Was ist jetzt grad passiert? Sind wir die letzten drei? Äh. Wir haben nur plötzlich einfach umbraucht. Ach, scheiße. Hahaha. Aber ey, ne. Marcel, musstest du grad so lachen, weil ich so. So. Lol, wer? Lol. Ja, so. Da liegt ne Lache. Wer? Lol, wer? Vor allem, ich lauf so. Marcel, vorbei. Marcel, schaut sich sowas an. Ich gehe so, und vorbeilauf, gebe ich nen Headshot. Max, was du getan hast? Nein. Weil du einfach so aufgeploppt bist gerade bei uns. Das Biest, wie du aufploppt, ist... Hab wahrscheinlich einfach Verwirrung, weil wir alle gleich ausschauen. Was? Ich hab' ich ein bisschen verraten. Ein bisschen. Ei. Das war ein bisschen zu oft. Max, lege da. Lege da, lege da. Komm. Thomas? Ja? Kann sein, dass dich nicht mal Max getötet hat, sondern ich. das tut mir leicht. Ich hab' nicht. Ich hab's gesehen. Julio, es ist alles in Ordnung. Okay, gut. Du darfst mich so gut drücken, wie du willst. Okay. Tut mir trotzdem. Okay. Ja, und jetzt sind wir schon... Leute, Leute. Ich bin jetzt nur theoretisch. Ich bin innocent, aber nur aus Interesse. Wie mache ich mein Traitor-Menü auf? Mit C. Leva! D? Ja, mit C. Feuerlöscher. Ich bin kein Traitor. Ich will schon wissen. Feuerlöscher. Ich will Feuerlöscher kaufen. Wolle Feuerlöscher kaufen. Wolle Feuerlöscher kaufen. Wolle Feuerlöscher kaufen. Wolle Feuerlöscher kaufen. Das sind dann alle. Wer ist denn? Wer ist denn? Achtung, weglaufen da. Mann, Incendary. Ne. Noll. What the fuck. Ich hab' gesagt, er hat weglaufen. Ja, ja, ja. Ich hab einen innocent getötet. Du hast einen innocent getötet. Nein, er hat einen traitor getötet. Echt? Nein. Das heißt Thomas' Crew, äh. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte das Fenster, äh, Bild abschießen. Cell? Cell, random killer. Nein! Ich werfe alle Waffen weg. Ich bin's wirklich nicht. Wie gesagt, Max. Kann man nichts dazu sagen. Ich war gerade eben. Max, warum werfst du ne burning? Warum werfst du ne Ding? Weil ich das White House ein bisschen anziehen möchte. Und ich bin Amy White House. Verstehst du? Machst du doch das Black News. Warum, warum bist du verletzt, Julius? Weil ich in diese Incendary reingerannt bin, die Max geschmissen hat. Weil, weil du was Böses gesagt hast, Jakob. Lass uns Max umbringen. Das ist ein guter Antwort. Ich hab grad Schaden durch die Bank bekommen, weil sie auf mich geschoben wurde. Böse Bank. Komm doch mal her, Maxi. Komm doch mal. Komm zu. Geh weg, Jakob. Geh weg. Ich kill nicht, wenn du jetzt doof wirst. Max, chill. Let's laugh. No chill. No chill, no laugh. Wo haben wir denn da, Max? Hey Julius, schau mal hier. Ich chill mich rein. Wundert sich keiner von euch wo Marcel ist oder so. Wundert sich keiner von euch wo Marcel ist oder so. Marcel ist hier bei mir. Echt? Ist er? Gut. Marcel? Ja, ja. Ich baue hier ein bisschen um so. Ja, okay. Komm, ich helfe. Äh, Masse. Ganz ruhig hier. Ganz ruhig hier. Ganz ruhig hier. Am besten geht's, wenn du das mit den Klingern rumschiedst, Masse. Was ist hier denn los? So. Ah, ja. Okay. Scheiß. Barrikade. Du kommst nicht vorbei. Okay, er ist durch. Au, au. Lol. Jakob schießt einfach Masse. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Er wollte eine Bombe legen. Wollt er nicht? Okay, nice. Also, Jakob hat Masse gekillt und ich hab Jakob gekillt, weil ich dachte er sei Trailer. Wo gehst du, Julius? Keine Ahnung, wo sind die anderen eigentlich? Ja, keine Ahnung, es leben noch drei Leute und einer davon ist Trailer. Ich glaube irgendwie, dass es entweder du oder Thomas ist. Da ich's nicht bin. Oh, ja. Bittig, Juni. Ich hab dir vertraut. Ich hab nur in der Saison geplatzt. Er zieht du voll random killed worden. Ach, wieso? Weißt du, so viele passiert sich so rum. Ja, es leben noch drei Leute, einer davon muss Trailer sein. Schaust du auf Scoreboard? Hm. Einer missing in action. Du lebst noch und ich. Gute Hand. Ach, Thomas war nicht mehr im Leben. Nein, Thomas war missing in action. Ach so. Ja, bei mir nicht. Bei mir war. Ich bin random killed worden. Extrem. Missing in action heißt auch. Normalerweise. Ne, ich weiß, aber bei mir war noch nicht mal das. Ach so. Ich hab ihn versehentlich umgebracht. Aus versehen. Aus Liebe. Aus Liebe. Ich hab ihn nie raus zu sehen, gell. Weil ich mal Trailer bin. Oh, hallo, Thomas. Ich schieb den Tisch da mit rum. Niki mein ich. Ja, was ist mit mir? Nix, ich wollte dir hallo sagen. Hey Thomas, es geht. Hey Thomas, es geht. Hallo. Trader? Ja. Bist du Trader? Ja, aber in Returns ist es Trader. Ich hab übrigens das Gefühl, Thomas und Max sind Trader. Ja, ich hab ihn nicht. Ja, ich hab ihn nicht. Ja. Loll, what the fuck? Komm, 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 komm. Warte, Max, eigentlich schon mal Trailer. Ja, er war schon. Ja, vorlesst. Du hast das Geld runtergerissen. Wo? Das arme Pin. Heißt das, dass ich Trailer bin? Ja. Oder du hast einfach bloß ein Problem mit Kunst. Ich hab ein Problem mit Kunst. Aha. Schau her. Loll. Loll, Babylauncher. Loll. Niki war's. Niki. What? Hey, Mann. Niki war Traitor. Ich bin proofed. Hey, Trader, Trader, Max. Ja, sicher. Fuck, Mann. Wieso schiesse ich in letzter Zeit so scheiße? Ich bin durch die Welt zerstört worden. Der Kopf ist weg. Nicht durch euch. Ich bin durch die Welt zerstört worden. Was sagst? Nein, ich biss sie. Ich hatte das Baby abschwitz. Ich wollte dich nicht töten. Tut mir leid. Alles gut. Du möchtest dich hauen. Du musst dein Samme Sohn kümmern. Julius ist so, er macht zwar viele Pluspunkte, aber er könnte voll viel Traitor. Ja, erinnert es denn. Ich schaue einfach so random dann rum auf einmal. Nein, Jakob hat dort gesagt, sein Computer hat sich aufgehängt. Nice. Hallo, Marcel. Nice, ein Stein. Headshot. 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 Ich muss im Blutrot besser ausschauen. Yeah, yeah. Nimm ihn wohl. 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 Herzschaft, Schöter, Trader. Oh, Mann. Okay. Jetzt haben wir halt fünf... Oh, nein. Ey, du hast mich gerade geschlagen, Thomas. Du hast mich gerade geschlagen. Ah, sieh mit dem Toppenstorf. Hallo, Max. Hallo. Ich hab Angst davor, was du tust. Äh. Äh. Okay. Jetzt kommt er mit Jakob. Wer hat eigentlich hier diese... ...Mobilzore angeklappt? Wie kommt man hier eigentlich wieder raus? Scheiße, Licky war innocent. Ja, ich hatte schon mal das Ding drin. Max, komm mal hier wieder raus. Ich komm mal hier wieder raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jakob, mein Trader. Also, Kreise. Also, Kreise. Ich weiß es nicht. Das heißt, es kann nur... Max... Max, ist es nicht, das weiß ich. Der will uns hier bei mir, falls ich sterbe. User join the channel. Oh, ich bin wieder da. Hallo. Und du bist tot. Rush Trader. Ja. Lol. What? 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 Dick dick. Yo, Best Buy klingt doch geil. Das ist doch diese Einkaufsmap. Weißt du, mit den Einkaufsmaps... Oh, nee. Ist echt cool. Okay, Jungs. Ich bin mal... Ja. Yo. Dann sag schnell, wie ich das Zeug anstelle wieder. Ja, weißt du doch. ttt-trader-max1. Ja, warte. Ich muss doch erst... Ja, aber sv-cheats0. Die anderen enthalten sich gar nicht von der Abstimmung erst. Marcel, bist du überhaupt noch da? Ja. Er möchte nicht abgestimmen. Marcel, wieso hast du nicht abgestimmen, hä? Jetzt ist Trump-Präsident, ey. Da ist unser demokratischer Grundeck und du benutzt es nicht. Schäm dich. Cheats0, oder? Cheats0, oder? Ich... 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 Ja, ja. Es... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Ich... Oh, ja. Teil. Na ja, oder? So was gekommen? TTT. Unterstrich... TRE... Oh geil, jetzt vorne. Oh geil. Tor... Unterstrich... Max... 1. Ah, da, jetzt. hier gesundheit wird schon geschossen, wie krass was wird wie krass geschossen, ey was haben wir denn hier so Spadakus de kolateral burn supermacy war es meine Waffe das brinz hier im x2 ich bin ich bin übrigens innocent, gell, ich weiß es nicht, aber ja na ist denn jetzt einer eingestuft kannst du wieder joinen, jakob? es ladet noch 599, 999 weckt mich am Arsch hat immer noch keine Waffe sind jeder da überhaupt ah, da hat's Waffen wo denn? ich hab auch noch Bälle sollt mir auch immer gerade schießen wie lust es ist ich hab nicht mal eine Waffe, Marcel ich kämpfe das heißt das heißt nicht, dass du... das könnte schon sein, brammische Theorie ja, erst mal aufpassen erst mal aufpassen, wer es dann am Ende ist ok nein, nein, eure Theorie also wenn es jetzt nicht stimmt, dann hat eure Theorie verkackt somit können wir es nie wieder anwenden nie wieder ja, nie wieder dann dann hat eure Theorie nie wieder recht weil dann ist ihm das glücklich und weil ich eh weiß, dass ich Traitor bin und somit eigentlich jetzt nur lachen kann, dass eure Theorie leider nicht stimmt also, halt, dass du weißt, dass du Traitor bist ja, ich hab's auch so ja, ich hab's auch so ja, ich hab's auch so aha, Julius, ne? ja, dann schieß LOL Baby Launcher das ist Niki das ist Niki das ist Niki Niki benutzt den immer ich krieg auch nicht den Niki ja, du bist ein Nigger Pädoyer Pädoyer Moment, Moment alle leise kürzen ich will kurz mal ja, jetzt hör auf drum zu jammern, Julius hey, ich hab jetzt mein Bein rechts darauf vorhin hat's hier aber funktioniert weil vorhin war's doch da waren wir zwei Trader ja, jetzt nicht mehr aber jetzt hat's nicht funktioniert ja, das war jetzt Bad Luck ja, Bad Luck einfach nur nicht funktioniert komm's ja, nice Jakob ist da so, fünf Leute sind wir 5 Marcel 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 Jakob ey Jakob Marcel Du pflügst doch drauf, da weißt du ja Verjährlich keinen Angriff gerade gegen dich, das weißt du, oder? ne, ne, alles gut, ja viel gut okay, das bieft sich nicht doll Jakob Boah Junge, hier hat Spielekonsolen, schau mal her Shit, Alter, das K-Board äh, Spielekonsolen Boah Junge, hier hat's Grafikkarten Max, 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 komm noch mal kurz zurück Ja, ich weiß Spielekonsolen Ja, schau mal her Boah Junge Ich weiß, wer damals 2005 an Weihnachten ziemlich glücklich war Ich weiß, wer damals 2005 an Weihnachten ziemlich glücklich war Das sind eine Spielekonsole Gute Mausspielekonsole Gute Mausspielekonsole Ja eben, das war deine Mutter auch Jakob kannst doch reden Ja komm, du redest nicht Hallo, hörst du mich jetzt? Jetzt hören wir dich, ja Äh, Leute Jetzt bleib mal weg von mir, ok? Äh, 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 Niki ist tot übrigens Nein, jetzt Niki ist tot? Ja, der liegt tot Wurde gekillt Wo steht das? Ja, wenn du seine Leiche anklickst, steht das Die Waffe Ja Was sind das für neue Waffen? SG55 EP Luger Ja warte, wer hat denn eine OG? Ähm Der nicht? Marcel, oder? Nein Ich hab ne SVD Marcel, nee Random Jakob hat gerade eine weggeschmissen Na, OG SG553 wurde er gekillt Nee, ist doch AOG mit der Anzeige Er steht drauf, dass er gekillt wurde Das bildet einfach Ja dann glaube ich Jakob, du? Was? Nein, er hatte schon die ganze Zeit keine Waffe Ja, ich hab ne SVD Wir haben die Luger Was sag ich denn? Die ganze Zeit Ich glaube nicht, dass es Marcel ist Warum ist ein Luger im Spiel? Wow Hm Gas durch hier, okay Gas durch hier Chill, 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 chill Chill Ich vertraue dem Deine Freunde nicht Hey Marcel, guck mal Musikanlagen für dein Auto Ja man Boom, boom, boom Alle einbauen Nicht nur eine Sondern alle Ja, weißt du nicht, dass Marcel's Auto Rave ist Der Inbegriff von Rave Ups Julius, du hast deine Waffe weggeschmissen Ja, außerdem, weil ich immer Q drücke, um halt die Waffe zu wechseln Das ist zuerst So, nicht so schlimm wie Marcel seine Krankheit Nicht schießen und dann Q drücken Ja, erst Q drücken und dann schießen Ist egal Glaub ich, los ist es Attacke Ja gut dann Irgendwann Okay mach ich Auf jeden Fall Weil ich seit Anfang der Runde mit einer SVD rumrenne und dann Niki mit einer SG553 getötet wird Ist ja logisch Was ist das alles für neue Waffen? Eine M14? Ja, die ist voll neu Wenn ich dich umbringe Wenn ich dich umbringe Also wer ist ja nicht Nur ist gerade am meisten Punkte, Marcel, oder? Ich glaube Marcel, du bist Ich könnte es gewinnen, wenn du gut spielst Ich glaube Marcel ist Traitor, weil Sonst würde er nicht so lachen gerade, wenn er mich töten würde Was? 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 Magst du? Ich bin mit der Leiche rumspielen Also ich lag eigentlich falsch Okay, das heißt es ist entweder Julius oder Marc Äh, Julius schießt, Julius schießt Ich weiß nicht, ich traue dir Quatsch Ja, Julius ist okay, er hat schon jetzt dreimal Ines jetzt im Glück noch Drei Mal? Drei Mal? Ja, er schießt in Jakob Max ist es Okay, Jakob ist es Warum ich? Ja, der Berater Ja Marcel Ich hab da kacke Ich hab's so perfekt Alles gut Okay, gut Also Jakob hat zwei Innocenten gekillt Julius einen Und ich hab den Traitor gekillt Also siehst du, wenn du C drückst und dann auf Scores gehst Übrigens Wer war der andere Traitor? Also ihr nehmt Es gab nur einen Ich bin gerade so ein Ich bin gerade so ein Ja, weil wir sind 5 Leute nur Und dann ist es halt zu wenig mit zwei Traitern Ich verspreche euch, ich bin kein Traitor Obwohl ich's noch nicht weiß Aber ich verspreche's euch Ja, wir glauben dir auch, weil Du warst gerade eben Das ist gut Robin Williams Gibt's das Vermächtnis der Toten Dichter? Das Vermächtnis der Toten Dichter? Mit Michaelis Kick. Robbie Williams. Hey Jakob, was geht? Komm zu mir. Ich hier Stargate, Max. Richtig geil. Was haben wir denn hier noch? Jakob! Was? Komm her. Nein! Was sei denn? Wenn ich jetzt sterbe. Es ist Max, wenn ich jetzt sterbe. Was gibt's Max? Komm mir mal vor, du hattest eine Mikrowelle in deinem Auto. Alter, das wäre richtig geil. Das wäre echt geil. Das wäre richtig sexy, Alter. Weißt du was, Marcel? Wenn du jetzt dein Auto demnächst in die Werkstatt bringst, ne? Ja. Und der dir einen Herd einbaut. Einen Herd? Ja, weißt du, was der denn gemacht hat? Was? Der hat ja noch eine gebraht. Hahaha. Ja sicher, Junge. Na, wer schießt da? Ey, Junge, Junge. Was übersorglich. Der bist du's. Nein, ey. Der hat überhaupt nicht geschossen. Nein, ey. Max, das ist klein. Max, das ist klein. Ja, scheiße. Thomas, Jakob, ich hab dir den Schneeball angeschmissen. Und ja, Jakob, die Melodie, die kommt dann so. Platsch, Jakob, tot. Der Schneeball, wenn du den getroffen wirst, dann bist du tot. Ja. Ich wollte dich nicht töten, tut mir leid. Jakob. Da. Schau, jetzt bist du ein Schneemann, Jakob. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich war mir voll am ablachen, als ich reinging. Niemand das gehört. Lass uns sicherheitshalber, Max und Julius töten. Diese Team. Fuck auf, ey. Ich mach's bis jetzt noch gar nicht. Ne, ne, Julius, lass Julius hin. Oh, Plasma. Ich hab' bis jetzt nur neun Minuspunkte durch random, also nicht durch random, durch innocent Kills und die tun mir auch leid. Ja. Oh, so viel. Ja, bis jetzt hat mir jeder Niki und Marcel kill leid. Nein, nein. Max, bleib weg, komm hier. Scheiß Granate. Ich bin schon wieder Eno. Oh, scheiß, du hast gerade eine Granate geworfen. Ja, ne Plasma. Ja, ich wegkriege. Aber ich hab, wenn ich's jemanden angeschossen hätte, wäre er safe gestorben. Aber hab ich nicht. Aber ich ein netter Dude bin. Wer schießt denn da jetzt? Ich glaub Marcel ist es jetzt diesmal seit langem. Marcel, bist du ein bisschen mad? Was bin ich? Mad, weil du bist voll ruhig. Du bist nicht so in Deckstimmung, wie sonst immer. Ne, ich gerade nicht. Ja, voll schadern so. Boah, boah, boah. Boah, boo, woah, boah. Yow, Tom, Jakob. Verbringle dich. So wird's gerne halt. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Max, das ist Belästigung, weißt du? Ja, ich weiß, ich belästig dich gerne. Ey, Marcel, über dir. Ja, ja. Ja. Schieß mir in Ruhe! Komm her! Komm her! Jakob, schieß! Warum hast du mich verfolgt, wenn du in den Himmel sitzt? Alter, der Maxi ist schon deppert. Nebat! Nebat! Ja? Komm mal her, komm mal her! Komm einfach hierher! Ich leg meine Waffen auch weg! Ja? Rate mal, wer ich bin! Ja, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen! Ding, geh nicht vom Shop! Nein, den kann ich auch richtig ziehen! Hä? Ja? Ich hab jetzt Max verstanden statt Schatz! Ich hab auch Max verstanden! Ehrlich gesagt! Warum lacht jetzt Diggi? Nein, kein Zeit, wir am Gamen! Die können wir gleich den Marsch lecken! Waf! Nein, was schieß ich? Äh, ich sag's euch! Das ist ein Kleinkind! Das muss ein Kleinkind sein! Ja, schau! Ich mein jetzt 3er zählt! Verdammt nochmal! Bist du behindert? Sicher schon? Marcel? Was denn? Diggi? Was? Folgt mir mal bitte, unauffällig! Und drückt mal Tabulator! Ja? Ja? Wir waren jetzt die ganze Zeit über zusammen, alle! Ja? Oh, ich weiß da heiß! Also 2 oder 3, alles verbreiten, weil es da auch nur knapp ist, hat sie klappt! Ja, aber Jakob kann ja auch gerandomkilled haben! Nein, er hat mich verfolgt, wisst ihr? Wirst du jetzt blödwisten und sagen, du bist Traitor? Er wollte mich umbringen, in dieser, in dieser, in dieser, tele... Also der Jude, ich und der, der, der Arjo mit Majo, und ihr sind zusammen da gewesen, da heißt, ich bin nur einer, der da noch könnte Traitor sein, hm? Los! Ich guck der Tumpen mit dem Jakob! Lalalalala... Lala... Was? Äh... Oh, das sah echt geil aus vom... Ich flieg so die ganze Zeit über das Gebäude, und es sah so ein bisschen Pac-Man-mäßig aus, wie auf einmal... Also warte, ich liess jetzt mal... Du bist jetzt weg! Warum bist du jetzt weg? Niki 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 Was? Na, 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 ich kann nur kurz was lassen! Achso... Ho? 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 Das ist ein Kleinkind, ich sag's euch! Nein, Mann! Du bist 20! Also wir haben 20! Oh, 20? Ja, und wir haben 20! Ja, und wir haben 20! Ja, und wir haben 20! Nein, das ist direkt was anderes! Ah, stimmt! Ja! Direkt bangable für Jakob! Da ist es schon 20 geworden! Ah, stimmt! Kann man ja mal schnell vergessen bei der Freundin! Was hast du vergessen? Max, lass uns Frieden schließen, okay? Oder Julius! Lass uns Frieden schließen! Ja, ja, ja! Ich bin eh Eno! Also es bringt nichts! Hallo! Hallo! Servus! Ich bin eh Eno! 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 Nein, nein, nein! Ich bin eh Eno! Warum hast du mich geschlagen? Jetzt wäre eh eine Sinn! Okay, ich habe Thomas getötet! Marcel? Ja! Oder Marcel? Weiß nicht! Du bist mir so... Ja! So ein bisschen... Auch nicht! Das war kein Kild, Leute! Scheiße! Yo, Junge, was schießt du?! Oh, shit! Es war keiner mehr am Leben, Max! Ach so! Scheiße! Ich wollte gerade noch so ein bisschen... Ich habe mir gerade ein bisschen Zeug eingekauft! So!